Was für ein Monster bist du? Knochencruncher Kinderzerkauer Kopfzerbröseler Menschenverschlucker Metzgerfetzer B-b-bitte ist mich nicht! Du denkst, weil ich ein Riese bin, bin ich ein Zwinzlingsverspeisender Kannibala? Ich bin ein guter Riese, der Big Friendly Giant. Oh Mann! Ich fange Träume. Die Ria klingt wie du. Und gibt es hier auch böse Träume? Ja. Ratze! Sophie, verstecken. Du hast hier ein leckeres Schwuse-Scheißerchen. Hast du Angst? Ja. Ich nicht. Ich habe einen Plan. Tapfere Sophie. Die Geschichte von einem kleinen Mädchen. Mit großen Abenteuern. Und lachen. Mit harten Zeiten und mit weichen Zeiten. Also halt die Luft an, quetsch die Daumen und los geht's. Ich nenn dich einfach... BFG. Boah. Ich nenn mich. Junge, ich nenn dich. Aber ich bin ja. Oh hey. Ich nenn mich. Ich nenn mich. Untertitelung des ZDF, 2020